Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gästeis, die Gnade unseres Herrn und Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft im Heiligen Geist, sei alle Zeit mit euch. Seht, der Herr wird kommen und alle Heiligen mit ihm, ein großes Licht der Aufstrahlung an jenem Tag. So heißt es beim Propheten Zachariah im 14. Kapitel. Der Herr wird kommen und in Sanktus singen wir, Blut sei der da kommt im Namen des Herrn und es ist niemand anders gemeint als Jesus, der kommt im Namen Gottes. Er ist der, der von Gott, dem Vater, gesandt ist, um uns Menschen zu begegnen, um uns Menschen nahe zu sein. Wir wollen unser Herz für ihn bereiten. Wir wollen uns ihm und seiner Liebe erfolgen. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, er war mir nicht. Herr Jesus Christus, du hast in der Salm des Heiligen Geistes gebet und die Menschen berührt. Eine Kraft ging von dir aus, die die Menschen verwandelt, geheilt und erneuert hat, die sie befreit hat. Christus, er war mir nicht. Herr Jesus, du hast bezahlt am Kreuz, mit deinem Kostabendut, alle unsere Schulden, alle unsere Sünden. Du hast uns die Tür zum Herzen des Vaters geöffnet. Herr, er war mir nicht. Nach uns vergeben, verzeihend unsere Sünden, schenkt uns der Allmächtige, Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Lasset uns, Herr und Gott, in unser Bedrängnis rufen wir zu dir. Erhöre die Bitten deines Volkes, bewahr uns vor aller Ansteckung des Bösen und tröste uns durch die Ankunft deines Sohnes, unser Seher Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Blut Jesaja An jedem Tag wächst aus dem Baumstuf Jesaja sein Reisheit her. Ein jünger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Reiche fort. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärkung, der Geist der Erkenntnis und der Gottesworte. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesworte. Er richtet nicht nach dem Augen schreit und nicht nur nach dem Höhen und Sager, wo schreit er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Arme des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Haug seines Wurzes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Güften, Treue der Gürtel um seine Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Klaber kann sie hüten. Kuh und Bärin freundet sich an, ihre Jungen liegen beinahe. Der Löwe frisst Stroh wie das Wind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen Heiligen Glück. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser erfüllt ist. An jedem Tag wird es der Stoß aus der Wurzel Isais sein, der da steht als Zeichen für die Nation. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Wort des lebendigen Gottes. Gerechtigkeit blüht auf in seinen Taten. Verleihe den Richtern an und dem König, dem Königssohn, gib dein gerechtes Vater. Eregiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Armen durch rechtes Urteil. Gerechtigkeit blüht auf in seinen Taten. Die Gerechtigkeit blüht auf in seinen Taten. Und großer Frieden ist der Mond nicht mehr da. Er herrsche von Meer zu Meer. Vom Sturm bis an die Enden der Erde. Er rettet den Gebeugten, der im Himmel schreit, den Armen und dem, der keiner helfen hat. Er erbarnt sich des Gebeugten und Schwachen. Er rettet das Leben des Gebeugten. Er rettet das Leben des Gebeugten. Er rettet das Leben des Gebeugten. Sein Name soll ewig bestimmen. Solange die Sonne bleibt, Sprosse sei Name. Glücklich preisen sollen alle Völkern und in ihm sich sehen. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Der Herr, der sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach uns. In jeder Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist, erfüllt von Freude aus. Ich preis dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du alles den Weisen und den Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht. Und haben es nicht gesehen. Und wollten hören, was ihr hörte. Und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Seelig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Jesus sagt zu den Jüngern nicht so viele erkennen das und sehen, erleben mit ihrem Herzen das, was ihr erlebt. Seid euch dessen bewusst, welche Gnade ihr habt. Und Jesus sagt das nicht als eine Kritik, als ein Vorwurf und sagt, jetzt müssen sie noch mehr und jetzt müssen sie noch mehr. Nein. Sie haben ihr Herz berühmt und lassen. Sie haben ihr Herz geöffnet für die gute Nachricht. Die Jünger und dann auch schon einige von den Menschen, denen Jesus gepredigt hat, die das Wort Gottes angenommen haben. Und nur so können wir dann auch den nachfolgenden Vers verstehen, wenn Jesus sagt, viele Propheten wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Ja, was wollten sie denn sehen? Sie konnten es auch nicht sehen, die Propheten jedenfalls nicht, weil Jesus noch nicht gekommen war. Aber nun ist Jesus gekommen. Jesus ist da. Der Retter ist schon da. Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn dieser Satz jetzt in dem berühmtesten Weihnachtsleben dann wieder gesungen wird. Christus, der Retter, ist da. Ja, er ist da. Sie wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, alles zu wissen, zu hören, auch manches zu sehen, was Jesus, was Gott in unserer Zeit tut. Und dann jubelt Jesus wieder an. Das sind die Werte vorher, wo er sagt, Vater im Himmel, ich weise dich, ich jubel dich. Das hast du all den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen haben. Das dürfen wir jetzt nicht so verstehen, als ob die Weisen und die Klugen das nicht sehen und hören sollen. Aber ganz oft stehen wir mit unserer Weisheit, mit unserer Klugheit, stehen wir uns selbst im Wege. Hat Jesus nicht gesagt, wenn ihr nicht werdet für die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes gehen können? Das ist gemeint. Einfach werden, wie ein Kind werden. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind im Umgang mit unseres Leichens sind wir ja manchmal vorsichtig. Und ich sage nicht, dass wir nicht vorsichtig sein dürfen. Aber viel oft kommt es vor, dass wir übervorsichtig sind. Warum? Weil wir von Menschen enttäuscht und verletzt wurden, vielleicht sogar hintergangen wurden und das schmerzt. Das tut weh. Und die normale Reaktion ist die, jetzt werde ich mich schützen. Das will ich mir nicht mehr, ich will das nicht mehr zulassen, dass dies und jedes mit mir geschieht. Und so entwickeln wir eine gewisse Distanz oder wir bauen so geistlich gesprochen unsichtbare Mauern, um nicht mehr verletzt zu werden. Aber was passiert dabei? Das, was wir dann gegenüber Menschen so aufbauen, so die Schutzmaßnahmen, sagen wir mal, sehr oft unbewusst, auch mit unseren Gefühlen, bauen wir das auch gegenüber Gott auf. Und das ist nicht mehr wichtig. Und damit, sage ich jetzt mal, verbauen wir uns den Kontakt zu Gott. Und wir machen es uns selbst, auch Gott schwer, zu uns durchzukommen, dass er zu uns kommen kann. Damit wir Gott besser und auch leichter begegnen können, kann ich nur empfehlen, dass wir, da wo wir Mauern spüren, von unserer Seite oder von anderer Seite, so im zwischenmenschlichen Bereich, die Lesen hat es eigentlich gesagt, Kuh und Bärin freuten sich an. Was haben die miteinander zu tun? Die Kuh wird nicht angreifen, sondern der Bär wird angreifen und auch Kalb und Löwe weinen miteinander. Da ist beschrieben, sie beschrieben diese ungleiche menschliche Beziehung von Aggressivität und von Harnlosigkeit. Versteht ihr? Und darum geht es, dass sie dann sagen, Herr, hilf mir zu verzeihen. Hilf mir, diese Mauern niederzureißen. Ja, es stimmt, ich muss mich nicht mehr verletzen lassen, aber ich will auch keine Mauern stehen lassen. Und ich komme jetzt zu dem Ausgangspunkt. Jesus hat gesagt, selig seid ihr. Selig sind die Kleinen und Mündigen. Selig sind die, die wieder volles Vertrauen haben wie ein Kind. Dass wir vor Gott Kinder werden. Ohne Angst. Ohne Vorurteile. Ohne diese Befürchtung. Wenn ich jetzt Gott etwas näher komme, was werde ich dann tun? Diese Angst war während Jahren meine Angst. Ab 15 oder 16 war das meine Angst. Dann ging es. Ja, ich bin Gott näher gekommen. Immer näher. Ich hatte auch viel Freude. Aber wenn ich danach gedacht habe, oder ich gefragt habe, in welche Richtung wird dein Leben gehen? Wie heißt die Richtung, also beruflich und dann, damit verbunden, auch dein Status? Wie wirst du leben? Solibatär, Gott geweiht oder mit Familie? Oh, da waren viele Befürchtungen. Und ich habe gesagt, ja Gott wird mich doch hoffentlich nicht zum Priester rufen. Hm. Das war eine Befürchtung. Ich war unsicher. Ich habe auch das nicht wirklich im Gebet thematisiert, weil ich jetzt drückschauen wollte. Ich wollte dieses Thema nicht wirklich, ja, mich nicht konfrontieren lassen. Und Gott hat mich nicht gedrennt. Aber in dem Moment, wo ich keine Angst mehr hatte, wo ich ganz offen vor Gott getreten bin, dann konnte er rufen. Und dann war der Ruf auch klar. Und dann konnte ich auch in Klarheit Ja sagen zu diesem Ruf. Aber solange wir unsere Mauer, unseren Misträumen, ja was wird Gott denn noch fragen? In Luxburg sagt man, wenn man jemanden den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Ich glaube in Deutschland sagt man, da nimmt man den ganzen Hand. Und wo die Angst noch ist, sagt Johannes, der war bis in einzelner Bibel, da ist die Liebe noch nicht vom Kommen, da ist das Vertrauen noch nicht vom Kommen. Möge Gott uns dieses Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen zu ihm wieder ganz schenken, damit er mit seiner Liebe sich ganz in uns entfalten und wir uns in seiner Liebe richtig entfalten können und richtig leben können. Da bereichert Jesus' Jugend, das ist seine Freude, wenn wir ihn und den Vater erkennen, das hatte ich jetzt mal vergessen zu sagen, eine von den wichtigsten Missionen oder Aufträgen von Jesus, als er in diese Welt gekommen ist, war es und bleibt es bis auf den heutigen Tag, uns den Vater zu offenbaren, uns Gott als Vater zu offenbaren. Und nicht als die Tat oder als Tyrann oder jemand, der uns lächelt, als Vater. Um diese Gnade wollen wir in dieser Heiligen Messe beten, aber auch um die Gnade von von Söhnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Ärzten. Gott unser Vater, wir danken Ihnen, dass du dich uns offenbarst, deinem Sohn Jesus Christus, wir bitten dich, nimm von uns alle Ängste, die durch Wunden, Enttäuschungen, Verletzungen entstanden sind. Gott unser Vater, erneuere in uns das kindliche Vertrauen, das totale Vertrauen zu dir, Gott unser Vater. Wir bitten für alle Menschen, die dein Wort zwar hören, aber ihr Herz dann verschließen, weil sie Angst haben vor dir, vor dem, was du von ihnen fragen kannst, Gott unser Vater. Wir bitten für alle Menschen, die dein Wort verkünden, dass sie es in Redlichkeit, mit Freude und mit Kraft tun, Gott unser Vater. Wir bitten für alle Kranken, seit wir mit deiner Hilfe nahe, richtet du sie auf, Gott unser Vater. Für unsere Verstorben, nimmst du sie auf in die ebben Wohnen, Gott unser Vater. Wir bitten um Frieden, um Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen den Menschen, in ihren Familien, Lebensbereichen, aber auch der Völker untereinander, Gott unser Vater. Wir bitten um Befreien von allen Fessen des Bösen, Gott unser Vater. Herr unser Gott, höre unser Gebet durch Christus, unser Herr. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfe der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erdung der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor deinem Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens wird. Wir bringen dieses Brot vor deinem Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfe der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinsturfs und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor deinem Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfe der Welt, du schenkst uns das Brot des Lebens. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfe der Welt, du schenkst uns das Brot des Lebens. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfe der Welt, du schenkst uns das Brot des Lebens. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, der Erdung der Welt, du schenkst uns das Brot des Lebens. In seinem Ernst entkommen hat er sich erdäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Vereisung erfüllt und den Weg des Heiles erschossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sicher anfangen, was wir jetzt mit wappenem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und Singen, vereint mit ihnen das Schloch deiner Herrlichkeit. Sanctus 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 Domitus Nessa Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, du bist heilig, große Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gabe herab und heilige sie, damit sie uns werden leiden um deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sie aus freiem Willen dem Leiden unterte, nahm er das Brot und sagte dann, Brauch es, reicht es seinen Jüngern unsprach. Nehmt und esset alle davon. Das ist mein Lein, der für euch hingegeben. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dank der Wied und reichte ihn seinen Jüngern unsprach. Nehmt und trinket alle davon. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Brot, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Geheimnis des Gottes. Darum, gütiger Vater, fein wir das Gedächtnis des Todes und der Augenstimmung deines Sohnes und bringen dir so das Tod des Lebens in dem Kelch des Heiles. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu gehen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollend mit deinem Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Schampner, Freibischof Fleur, unseren Priester und Diakonen und mit allen, die zu dienst in der Kirche bestätigt werden. Gedenke an unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie Augen stehen. Nimm sie uns an, die in deine Kirche aus der Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, mit uns das ewige Leben zu teilen wird, in Gemeinschaft mit der selten Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem Heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehren, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn, der wir uns als Gehorsam betreuen, seiner göttlichen Weisung, wagen wir, zu sprechen. Vater und Sein, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehen, wie im Himmel so erhofft wird. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allem und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Befahre uns vor Verwirrung und Sünden, Damit wir vor uns zuversichtlich das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erachten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und deshalb bitte, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihnen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schenke ihnen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Sie beachte die 2, seine Glauben von dem Land Jiah, 23 Jahre. Und zwar des triangles . Den Kranz der Gerechtigkeit wird der gerechte Richter an denen geben, die Liebe auf sein Erscheinen wartet. Seht das an uns, das ihn wegnehmt, den Sünden der Welt. Der Leib. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.